Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu den Linux Tutorials. So, ja, heute möchte ich mit euch richtig einsteigen in Linux und da fangen wir am besten gleich mal bei der Sache an. Und zwar, ein richtig wichtiges Konzept wird die Kommandozeile sein, das Terminal, falls ihr mit Windows gearbeitet, Kommandozeile. Ab sofort Terminal, ja, das ist ein bisschen wichtiger als in Windows, weil ihr hiermit, wie wir schon im VirtualBox Video gesehen haben, damit Sachen installieren könnt, ihr könnt damit so ziemlich alles machen, was ihr auch irgendwie mit dieser Umgebung hier machen könntet. Aber mit Terminals sind wir tatsächlich öfters mal schneller und manchmal haben wir gar keine andere Möglichkeit, als mit dem Terminal zu arbeiten. Und deswegen möchte ich euch das Ding zeigen. So, das Ding ist zum Beispiel, eventuell könnt ihr gar nicht anders als mit diesem Terminal arbeiten, wenn ihr, keine Ahnung, irgendwelche Server administriert oder sowas. Und ja, dann habt ihr halt wirklich Pech und müsst damit arbeiten. So, und was ich euch jetzt zuerst mal zeigen möchte, sind hier ein paar Profileinstellungen, ähm, denn wir wollen hier tatsächlich mal ein bisschen was anderes haben. Also, ich meine, ich finde die Konsole so ganz geil, aber, ähm, ja, ihr könnt natürlich euch hier einstellen, wie ihr es gerne haben wollt. Also, ihr könnt hier die Größe einstellen, wie viel Spalten da reinpassen, wie groß das ganze Ding ist. Ihr könnt natürlich auch einfach, ja, ihr könnt es euch einstellen, wie ihr wollt. Ähm, hier einfach mal die Farbe vielleicht auch. Ähm, manche mögen ja hier standardmäßig, beziehungsweise richtig Hacker-Style grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund. Uh, uh, uh. Es muss ja so sein, deswegen werden wir das jetzt einfach mal, ähm, den Vorurteilen gerecht werden und das hier tatsächlich auch mal benutzen. Ähm, aber einfach nur, um die Vorurteile, wie gesagt, irgendwie zu befriedigen. Mehr nicht. So, also ihr könnt da einfach mal durchklicken, ähm, für manche sieht es vielleicht so auch ganz nice aus. Deswegen wollen wir es einfach mal dabei belassen und ich fange direkt mal an. Und, ähm, ja, wir haben hier vorne, sehen wir Root. Das bedeutet so viel wie, ähm, wir haben Root-Rechte. Das bedeutet, wir haben alle Rechte. Und dann haben wir hier hinten dran den, äh, PC-Namen, also wo wir gerade sind. Und, ja, das hier heißt nicht arg viel mehr. Das ist auch überall irgendwie anders. Ähm, wie jetzt können wir tippen. So, das Ding war übrigens ich. Also ich habe da schon irgendwas aus Versehen getippt gehabt. So, und was wir jetzt hier drin machen können, ist wie gesagt alles. Und deswegen muss ich da langsam mit euch ran gehen. Also wird es ein paar Videos dauern. Wir wollen zunächst einmal die Ordnerstruktur ein bisschen angucken. Und zwar können wir mit PWD uns angucken, wo wir gerade sind. Wir sind in Slash-Root. Gut, das bedeutet, wenn ich hier jetzt mal meine Dateien aufmache, persönlicher Ordner, ähm, ja, ihr seht es noch gut. Dann gehen wir hier mal auf, ähm, na, wo sind wir denn? Rechner, hier. So, und dann haben wir hier Root. Und da sind wir drin. Also das heißt, hier sehen, oder wir sind jetzt in der Kommandozeile in diesem Ordner drin. Und wir können jetzt hier uns mal angucken mit LS, was hier alles so vorhanden ist. Und dann sehen wir, okay, in blau gedruckt sehen wir Bilder, das ist ein Ordner. Downloads, öffentliche, äh, öffentlich, Schreibtisch, etc. sind alles Ordner. Ähm, V-Box Linux Editions ist von dem, äh, ist von dieser Datei hier was kopiert. Das haben wir letztes Mal gemacht. Ähm, und Q-Talks ist was, was ich installiert habe, ist ein cooler Messenger, hat mir jemand von euch empfohlen. Ziemlich geil übrigens, dankeschön. Ähm, ja, also die blauen sind Ordner und die grünen sind ausführbare Dateien. Jetzt gibt es aber noch mehr. Die haben wir hier leider gerade nicht, aber ich kann ja mal hier was erstellen. Ähm, beziehungsweise ich kann auch einfach euch zeigen, wie es in einem anderen Ordner aussieht. Wenn ihr in den Ordner reingehen wollt, dann gebt ihr CD ein und dann geht ihr quasi in diesen Ordner rein. Das heißt, ihr gebt hier zum Beispiel, ähm, Bilder an. Und wenn wir da reingeben, können wir mit Tab, können wir alles vervollständigen. Ähm, mit CD Punkt Punkt kommen wir eins nach draußen. Das heißt, ich bin wieder in Root drin. Das sehen wir, indem wir LS drücken. Oder PWD sehen wir wieder, ich bin in Root. Und, ähm, wie gesagt, CD und dann können wir Tab drücken. Wenn wir zweimal Tab drücken, dann sehen wir, wo wir rein können. Also was alles, ähm, Befehle sind, die okay sind für CD. Und alles, was grün ist, ist okay. Ähm, ja, wir können hier jetzt tatsächlich mal einfach überall reingucken. Und gehen mal in Dokumente rein. Gut. So, jetzt sind wir in Dokumente drin. Das wird hier so ein bisschen angezeigt. Wir können aber auch einfach wieder PWD angeben, dann sehen wir, wir sind in Root-Dokumente. Mit LS können wir uns angucken, was drin ist, nämlich gar nichts. Und ja, das ist ein bisschen schade, denn wir wollen ja hier eine Datei haben. Ähm, dazu würde ich aber trotzdem wieder zurückgehen in Root. Jetzt, wo wir wissen, wie wir hier rum navigieren können. Übrigens geht es außerhalb von Root auch noch weiter. Also, es gibt, wenn wir direkt nicht in einen Unterordner wollen, sondern wirklich vom obersten anfangen einfach, dann machen wir ein Slash und dann haben wir hier alles zur Verfügung. Also Slash, Bin, Slash, Home, etc. Was es da alles halt so gibt. Ähm, Root sind wie gesagt eure Benutzer drin. Und in Root findet ihr dann, äh, oder halt eure Benutzerordner. Ja, was dann halt so alles drin ist. Ähm, genau. Also wir sind jetzt hier gerade in, lasst mich das mal kurz sauber machen. Wir sind in Root. So, das heißt, wir sind hier und wir wollen jetzt hier zum Beispiel eine Datei erstellen und die mal so ein bisschen angucken. Und dann sagen wir einfach mal, okay, Touch. Also wir fassen eine Datei an, wir erstellen sie. Und, keine Ahnung, nennen wir sie einfach mal, ähm, My First File Punkt, ach, lassen wir den Punkt einfach mal weg. Linux ist anders wie Windows. Wir brauchen nicht für allen Scheißdreck eine Dateiendung, sondern wenn wir einfach keine Dateiendung haben, können wir es trotzdem aufmachen. Bei Windows wird da erstmal rumgezickt, hm, ich habe keine Dateiendung, bitte gib mir doch eine. Wenn wir jetzt das Ding angucken, dann sehen wir, es wird geöffnet, aber da steht halt nichts drin. Das sehen wir auch, indem wir hier sagen Cut und dann kann ich hier mal durchgucken, was ich alles angucken möchte oder angucken kann. Gucken wir einfach mal nach My First File, da ist nichts drin. Ja gut, ist kein Problem für uns, wir schreiben einfach was rein. Und das tun wir jetzt mal hier vorerst, ähm, schreiben mal, ähm, ja, ich habe Hunger, deswegen sagen wir einfach mal Schinken. Okay. So, und ja, dann gucken wir uns die Datei nochmal an. Cut My First File. Ist übrigens wichtig, dass ihr Groß- und Kleinschreibung beachtet. Wenn ihr Cut und dann Groß-M drückt, dann kommt ihr nach Musik, da geht es nicht weiter. Ähm, ihr könnt auch Cut direkt auf euren Root-Ordner beziehen, das heißt, wir geben hier Slash Root Slash My First File ein. Und dann kommt genau dasselbe raus, weil ihr im Root-Verzeichnis seid, braucht ihr das nicht vorher eingeben. Aber so fangt ihr, wie gesagt, von ganz von vorne an, also quasi, ihr sagt, okay, ich gehe auf meinen Rechner und dann in Root und dann, äh, gucke ich My First File an. Und hier oben habt ihr halt gesagt, in dem Verzeichnis, wo ich gerade bin, bitte zeigt mir, was in My First File drin steht. So, wie jetzt manche von euch vielleicht aufmerksam vorhin gesehen haben, habe ich ein paar, äh, zusätzliche Sachen hier gekriegt, als ich CD eingegeben habe. Ähm, mit Doppeltab kriegt ihr übrigens diese Liste hier, habe ich gerade schon mal gesagt. Ähm, und zwar dieses Punkt D-Bus, und das wird mir hier nicht angezeigt. Das ist ein bisschen komisch, warum wird mir das nicht angezeigt? Genauso dieses Punkt G-Conf, etc. Also da gibt es ein paar, die werden mir einfach nicht angezeigt. Und die kann ich mir auch anzeigen lassen, mit L-S werden sie, ähm, was? Achso, CD-LS, ja gut. Ähm, mit L-S werden sie auch nicht angezeigt. Die kann ich mir anzeigen lassen, indem ich dem L-S noch einen zusätzlichen Parameter gebe, nämlich dieses Minus-A. Ähm, dann wird tatsächlich mal alles angezeigt. Und wir sehen, dass hier noch einige Dateien sind, ähm, wie zum Beispiel V-Box, kleinen Clipboard und so weiter, weil ich hier die Eingabe, also das hier ist übrigens eine virtuelle Maschine, ähm, nicht wundern. Ähm, deswegen habe ich die Dinger, die sind bei euch wahrscheinlich nicht drin. So, ähm, außerdem kann man sich Rechte noch angucken lassen. Und Rechte sind in Linux eine relativ große Sache. Ähm, zum Beispiel, wer hat, ähm, ja, hier sieht man, was für Rechte wir hier haben alles zur Verfügung. Für zum Beispiel den Ordner Bilder. Das bedeutet zunächst einmal, okay, wir haben, ähm, der Root hat Rechte zum R, also Lesen, dann zum Schreiben, W ist Write und X ist Ausführen. So, und dann der aktuelle Benutzer, also das hier vorne war, ähm, wie gesagt, der Eigentümer sozusagen. Dann das hier, äh, das hier in der Mitte ist eine, ähm, die Benutzergruppe, die aktuelle, die hat Rechte zum Lesen und zum Schreiben, äh, zum Ausführen. Und, also Ausführen heißt im Fall von einem, äh, von einem Ordner einfach reinzugehen, mehr darf, oder mehr ist da nicht dabei. Und der hintere bedeutet sonst egal, also alle anderen Leute, die Zugriff auf den Rechner haben, die dürfen hier auch in den Ordner reingehen und sie dürfen ihn lesen. Aber mehr nicht, also sie dürfen ihn nicht löschen zum Beispiel. Da wir, ähm, der Eigentümer aktuell, glaube ich, sind, dürften wir das sogar löschen. Also Kali ist da ein bisschen, äh, sozialer, was die Rechte angeht. Da habt ihr jetzt nicht so Probleme und müsst wegen jedem Scheißdreck euer Passwort eingeben. Ähm, bei anderen Unix gibt es das da schon eher. Und wenn wir das Ganze jetzt kombinieren, dann haben wir ein ls-, minus- und dann la, wie ihr vielleicht schon erraten konntet. Wenn wir hier das a haben und das l, dann haben wir alle Dateien und überall die Rechte dran angeschrieben. Und jetzt sehen wir hier schon tatsächlich ein paar Unterschiede gibt es. Zum Beispiel das hier, ähm, da darf nur der Eigentümer von dieser Datei, was in dem Fall root ist, weil wir keinen anderen Eigentümer haben, ähm, also weil wir nichts anderes eingerichtet haben. Wenn ihr ein anderes, äh, Unix habt, dann wird hier höchstwahrscheinlich root stehen und, oder was anderes, je nachdem, wem sie gehört. Ähm, selbst der Administrator darf hier tatsächlich nur lesen und schreiben. Und, ja, ähm, das sind sozusagen die Rechte, sozusagen auch ein bisschen das Grundlegende, was man irgendwie wissen sollte. So, das war's auch schon wieder. Ähm, ja, ich denke, ihr habt heute mal wieder das Grundlegende gelernt. Und ich hoffe, ihr freut euch aufs nächste Mal. Da machen wir dann weiter mit den Rechten. Da gibt es nämlich noch ein bisschen mehr zu sagen zu. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.